Und herzlich vor... Ach, halt doch mal. Warum? Wieso? Zu. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu KSLB mit Wolfi Karten, Loxion und meiner kletzte Kleinigkeit. Und Loxion nervt einfach mal. Hallo. Grüße. Warum tust du das immer? Das nervt. Ja, weil ich es kann. Aber das stört. Es stört wirklich. Du willst dich bestimmt nicht mit mir anlegen. Da ist er still. Hey. Was will ich? Ich habe dich gerade noch nicht gehört. Was mache ich denn schon wieder für ein Mist? Wo war das denn gerade? Bin ich blind. So. Ich will doch nur Pizza machen. Ich will doch nichts. Okay. Hab ich das von... Jetzt auch. Porkchop. Das ist doch von Schwein, oder? Ja. Schweinig. Voll Schweinig. Tssst... Tier... Auf... Äh, nicht auf. Auf. Das ging wie... Breath und Lapis. Meow. Meow. Äh, ich brauche mehr Holz. Stimmt, ich brauche ja noch Elfenholz. Ha! Das hätte ich fast vergessen. So. Tier oder Purity was... Äh, Holz war egal welches, oder? Mmh, ne Purity... Hm? Wie meinst du? Was? Entschuldigung, nochmal. Welche Loks ich nehme? Ach, verdammt. Das ist egal. Hier sind aber keine drin. Tch. Äh, ich bin nicht. Was wüsste von mir eigentlich? Diamonds. Zum. Ähm... Das brauche ich. Irgendwie stört das Herzgeräusch. Ich finde das cool und entspannt. Ich finde das cool und entspannt, okay. What the fuck? Wann das? Warte mal, war das mein... Oh, das war glaube ich mein Handy. Ups. Habe ich es gar nicht auf lautlos? Menschkarten. Und vor allem wer? Klang gerade wie ein Roboter. Ah. Ich kann gerade nicht, so. Bist du der Bart? Oh, Facebook. Das vibriert bei mir bloß immer. Facebook. Facebook. Immer dieses Facebook. Wer hat denn heutzutage schon Facebook? Genau. Aber ich denke. Prost. Ich nicht. Ich schon. Ich weigere mich immer noch. Na, komm Katze. Irgendwann ist es bald eh wieder out und so, ne? Mhm. Und dann werde ich so als letzter Überlebender sagen, ha ha. Als letzter Überlebender. Ich hab meine Seele noch. Krass. Musst du dich nur melken, Kuh. Nein, du darfst nicht raus. So. Hallo Holz. Geht das hier ein bisschen schneller? Ich brauch mehr Wurt? Für Elfen? Wurt? Du musst ja ausnutzen, solange das Portal dein Öffen ist. Äh, Öffen. Offen. Öffen? Solange das Betende dein Öffen ist. Gut, Katze. Du wirst jetzt meinen. Eiferbübsch. Das heißt, wenn sie stirbt, kannst du sie wiederbeleben. Mit irgendeinem Ritual gegen das. Das Problem ist, wenn sie stirbt, sterbe ich auch. Echt? Ja. Ich weiß nicht. Hier warte, warte. Nein. Hör auf. Hättest du mir die Katze geholt? Hättest du mir das sagen dürfen. Meins? Scheiße, wo ist sie hin? Nein, ich hab sie... Ja, gut. So hab ich sie auch gerettet. Du hast sie den End geschickt? Ja? Ich hab sie weggeschickt. Die wirst du nicht sehen. Die ist weg. Lasst ihr meine Katze in Ruhe. Die hat euch nichts getan. Aber ich hab den Morph noch nicht. Oh. Oh Gott. Du willst Morph und eine Katze haben, oder wie? Soll ich dir eine Katze machen? Ist ja langweilig, dass du nicht teilen. Obwohl, ich bin auch nicht mehr ganz sicher, ob es immer noch so ist. Ich dachte eigentlich immer, das Tier stirbt nur, wenn du stirbst. Andersrum wusste ich nicht. Und halt, wenn es stirbt, dass du es wiederbeleben kannst. Nee, das gilt in beide Richtungen, wenn es nicht geändert wurde. Logs left the game. Tschüss, Logs. Ciao. Ich bin gleich wieder da. Keine Angst. Geh jetzt noch weiter auf den Sack. Das hatte ich befürchtet. Auch. Verdammt. Wie begeistert alle sind, oder? Wollt nix sagen. Weil wir können beim Level loswerden eigentlich. So, wo ist denn hier die Eloise? Glaube ich mir jetzt auch. Na, bringst du doch her und Speer so irgendwo ein oder so. Ja, dann kann ich immer testen, ob ich schon ein Skills genug bin für die Art. Immerhin hast du schon mit dem Dämon gequatscht. Also wenn das nicht reicht. Skills genug für die Art. Ja, ein Skills genug für die Art. Immer noch nicht? Was ich immer noch nicht verstehe und ich wieso. Kann das ja nicht sein, dass ich einen Mana. Tatsache, habe ich wirklich. Einen Mana-Ring. Ja. Und ein Band of Aura. Ja, habe ich dir beide gemacht. Ja, ich kann mich bloß nicht mehr daran erinnern. Deswegen bist du auch der Einzige, der hier richtig schnell läuft. Weil der Gürtel tatsächlich nur mit Mana funktioniert. Okay. Kurz überlegen, was brauche ich denn jetzt? Oder was muss ich... Ich könnte mal probieren, ob es damit geht. Wie nennt sich das denn nochmal? Was ist das? Ein Seer Stone? Oh Gott, wie stellt man denn den nochmal hier? So ein Wegpunktstein? Nee. Nee, nee, nee. Nicht das. Ein Seer Stone. So ein... Da fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Wieso hat der Creeper denn da Schatz liegen lassen? Weiß nicht. War es ein Tele-Creeper? Ja, aber der lässt keine Schatz liegen. Der lässt dieses... Äh... Verwirrungspuder liegen. Hier, damit du mir nicht stirbst. Ach so, verdammt. Ja, genau. Ich wollte es eigentlich werfen und habe es hingeschmissen. Das passt schon. Was ist das? Ach, Rite of Infusion. Ach ja, stimmt. Genau. Nee. Weiß man bloß im Niveau, was ist es? Banishing, Summoning, Infusion. Nein, nein. Crystal, genau. Infuse a Crystal Board to see the future. Quas Sphere, Golden God, Happenstance Oil. Gott. Wieso habe ich ein Splash Portion of Regeneration? Hab ich dir gerade zugeworfen. Ich wollte es eigentlich anders werfen, aber nein. An den Kopf. Und ich habe Lag, wie Sau. Diesmal bin ich es nicht. Nein, wollte ich mal sagen. Das kommt wahrscheinlich durch dein ständiges Reconnecten. Quats und Glas. Ständig? Das war jetzt einmal. Zweimal. Was, zweimal? Ja. Du bist vorhin schon mal gegangen wegen Foamcraft. Ja. Die Liebe war es. Ja. Das war aber nachdem die Aufnahme gestartet war. Hier ist ein Ring aus Laub. Ja. Ja. Habe ich dahin gegangen. Denk schon dahin. Braue ich mich überhaupt noch runter in den Keller? Das ist Golding, Max. Wahrscheinlich werde ich gleich vom Piano erschlagen. Nein, Wolfi tanzt hier rum. Oh Gott. Ihr ist wein? Im Kettle. Oh Gott. Wieso? Letzte Suppe. Tongue of Dog. Drop of Luck. Habe ich glaube auch eine Zunge. Habe ich tatsächlich noch. Oh nein. 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 Dann, das ist da. Warte mal, lass was alles haben ist. Mandry Groove, Belladonna, Wuhl. Und Belladonna, Wuhl. Was sind die anderen beiden? Redstone und Drop of Luck. Gegen Drop of Luck nochmal. Verge. Oh scheiße. Ist das immer alles so kompliziert, die Invitory. Mandry Groove, Nether Wars, Tier of God. Ah scheiße, wie der Tier of God ist. Kann ich gleich noch ein zweites machen. Hä? Was haben wir jetzt gesagt? Was haben wir jetzt gesagt? Und Mutanz. Das dauert noch ein bisschen. Dann öffne ich das Portal. Das Portal. Portal. Das Portal. Das Portal. Ah, na also. Funktioniert doch. Zip, zip. Äh, verdammt. Ich habe einen Bildschirm vergessen. Eine Mal. Und die können wir ja nicht. Ähm. Willst du mich eigentlich verkohlen? Japp. Ich öffne gleich das Portal. Okay. Wow. Ähm. Wird keiner sehen. Okay. Seit wann steht der Reaktor da? Seitdem ich ihn da hingestellt habe. Portal. Wehr rum. Das kommt schon viel Mana. So. Portal gesehen. Warum zu Henke hat das jetzt nicht funktioniert? Oh oh. Wieso fehlen wir da? Ach nee, das stimmt schon. Ja klar, nur die Hälfte. 2 zu 1. Ja genau. Außer beim Holz, oder? Hendrick, dann Netherworlds. Oder beim Holz auch. Nee. Das ist nur Dinger. Das 2 zu 1. Das ist das Deal. Genau. Okay. Warum? Okay, nochmal. Mandrake. Na, what? Tief Gutes. Refund Evil. Ich habe das vorhin echt andersrum reingeschmissen. Scheiße. Habe ich schon wieder Paralyzes drin? Ja, habe ich. Ja. Bin wieder paralysiert. So, dass er die Reihenfolge mischt. Gut, Pixi, das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann habe ich gleich Esswaren. So, so schnell sollte uns der Strom nicht ausgehen. Ich muss den zwar irgendwann noch kühlen, aber... Boah, leck. Oh, warst du schon. Na denn? So, jetzt zu dem, was ich eigentlich mache. Och Gott, ey. Goldene Karotten. Ernsthaft? Goldene Karotten? Goldene Karotten? So schwer ist das jetzt nun wirklich nicht. Brauchst du Karotten? Ja, ich bräuchte eine Karotte. Haben wir denn eine Karottensystem? Ich bräuchte genau eine. Hier, Potsch. Eine. Danke. Ich sage nicht, dass es schwer ist. Ich dachte mir nur, was ist das zu hell? Warum? Wieso? Ja, schon. Was für ein dekadenter Trank. Ich brauche erstmal eine goldene Karotte. So. Poison of Nightwishen, da habe ich noch ein. Ach, verdammt, ich habe vergessen, das Buch reinzuschmeißen, oder? Buch muss ich doch auch reinschmeißen. Sand. Das Buch, ja, das solltest du vielleicht reinschmeißen. Genug mal dafür. Mal nur kurz warten. Okay, ich will es auch noch kurz den Rest. Spider Eye, Eye of Ender, Mandrake. Ah, nicht gerade irgendwer bei Irrenkurs helfen. Kann. Ah, Locks sieht kompliziert aus. Könntest du mir ein Potion of Nightwishen machen? Nee, okay. Das ist auch goldene Karotte. Brewing Stand steht beim Betreat Gröns. Immer voll schnuffene. Das für drei Minuten, für acht Minuten. Für acht Minuten, warte. Für acht Minuten. Echt, normalerweise nimmt man dafür immer das Standard, wenn da nicht speziell dran steht. Nein, das ist ein weit großer Trank, sage ich jetzt mal. Achso, da muss ich aber sowieso den kleineren erst machen. Ja. Mache ich Arc Orkot? Wolle ich denn die mache ich aus? Warte, bin er da raus. Ja. Wir haben gar keine Wasserflaschen mehr. Warte, Flaschen hänge ich dir dran. Achso. Nur eine, oder? Eine, da war es ja. Obwohl ich mal, das könnte ich nicht kurz selber machen, die Nerderwarze, wenn du den Rast holst. Da ist meine Nerderwarze. Warum habe ich jetzt Karotten? Dankeschön. Ähm. Verraste Karotten. Achso, goldene Karotte, okay. Also machst du es jetzt doch selber? Was hast du mir gegeben, also? Aber danke. Okay. Wolfi ist garantiert verwirrt. Ich habe mich Karotten gerade fallen lassen. Achso. Jetzt da. Weil ich habe doch vorhin dieses Feld hier geplättet, wegen der Villager. Ah, okay. Da war noch Holz dabei. Okay, aber trotzdem Dankeschön. Da kann ich irgendwas anderes wirklich tun. Ähm. Ähm. Gerade glaube ich nicht. Das. Ähm. Ne, dann wird das Ritual. Welches war denn das ist normal? Welchen Kreis brauche ich? Den Elfer. Okay. Nee, sorry. Kannst, kannst Gott. Boah. Ich bin hier. Ups. Hallo. Ja, die Spinde hat mir ihr Herz geschenkt. Klingonisch ist aber so. Bin haben Herzen. Ja. Da gibt es richtig. War es nicht. Was hast du gemacht? Nix. Was macht Logstar? Ist ja die Frage. Ich habe das gemacht, was da stand, aber okay. Show's Item. Du zeigst uns dein Item. Show me your item. Geht das mit was anderem auch? Geht mit allem. Ja, was tue ich? Geht mit allem. Nein. Geht mit allem. Nicht mit dem Shortcut, der mir hier gerade gesagt wurde. Control. Rechtsklick. Ja, wenn ich das mache. Du musst in dieses Buch gehen. Dann hast du. Ja, also es geht nur dafür. Wolfie ist heiß. Also sie brennt. Das girl ist an Feuer. So nett war. Wieso? Die interessiert sich nicht für mich. Ich weiß es auch nicht. Was muss ich denn noch machen? Karten hast du etwas Mana? Ach nee, du hast ja eine Mana Ring. Ich packe den Zirkel wieder ein. Ich bräuchte ein bisschen viel Mana kurz. Ich habe bloß einen Mana Ring, der ist ein bisschen weniger als die Hälfte gefüllt. Wenn ich die Rezepte nicht sehen kann, kann ich die Ringe nicht machen. Das ist richtig. Daran habe ich aber eben nicht gedacht. Warte mal, das muss ich doch mal ganz kurz noch mal zwischendurchschauen. Ich sehe dich. Wie du da hoch springst. Ich sehe es gerade, ich stehe gerade in ihr. Du bist sehr hohl. Du aber auch. Du bist sehr hohl. Was für ein wunderschönes Kompliment. Dankeschön. Das hatte ich zu Karten auch schon mal gesagt. Damals in FDB noch. Ja, ja, damals. Mir ist das aufgefallen. Wir sind alle sehr hohl. Wir können hier die Folge beenden. Fällt mir gerade auf. Dann kann ich in Ruhe nachlesen. Ohne, dass ich jetzt hier ständig auf den Boden anstarre. Okay. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.